ja leute was geht's willkommen zu road to commander ja mit dem marius am start hier und mit dem dominik am start hier und ich bin schon level 4 weil die anderen runden die waren einfach nicht jugendfreie und die können wir einfach nicht hochladen ja sind einfach nee dass das geht nicht mehr er weiß ich nicht habe ich ausgekloppt kann ich über sichern hier mit diesen minderwertigen klassen kann man echt nicht spielen jetzt haben wir ja eigene jungen warte müssen wir auch hier noch was einstellen jetzt sind tags fingerfertigkeits 2m4-klassen ist doch ein witz alter ich hab doch ja keine 2m4-klassen haben man ja muss auch noch was einstellen macht das jetzt mal ich bin gerade schon ich bin schon fertig ich bin seit ner halben Stunde level 5 nirgends mehr nirgends mehr nirgends mehr nirgends mehr nirgends mehr 1 der acplatte sucht mich hier um welcher ich muss noch einstellen aber macht ein relativ nirgends mehr wenn ich ja auch am aufnehmen würde der start job muss jetzt sind wir können aufschluss so kürzer die hecke desto größer das haus ich will nicht ausrasten dann muss ich das Video auf 18 stellen ja ab 18 Jahre Prozent und da können wir uns selber nicht mehr angucken das ist nein war der Hohmann Reinhardt und es ist fast manche nur noch mal im Konzept einer alten Tennisdorfer Schödinger Ja, die Schuld hat da irgendwie so. Blum blum blum. Blum blum blum. Super leise, ne? Du bist... wie immer leise redet, ne? Ihr wisst, wie immer flüster, ne? Ja, du bist echt aufs Gesicht, ne? Klatscht immer von ihm. Und wenn ich jetzt los springe zurück weg vom Stuhl, alter, und... läuft in dein Zimmer. Ja. Ja, siehste? Das ist einfach leise. Boah, Hass, alter. Hass. Hunger. Okay, ich bin fertig. Wie heißen eigentlich eure Klassen? ich habe deine Mutter stinkt mega fett genannt was ist der Junge guck dir die Map an guck dir die Gegner an wieder so ja ungewöhnlich scheiß Hacker CP9 Junge da sehen die aus scheiß CP9 was geht denn ab Junge und jetzt gehts ab Alter ich hab das im Blut Alter ich hab das Urin Junge was zog ich denn jetzt Junge? M4 oder was? ich sag mir zu nehmen nee ich nee was geht ab bergert denn es ab du lort was hast du ne scheiße Junge? das geht auch du 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 oder was weiß ich geht das nicht? keine Ahnung das irgend so ne Spacken hat das immer gesungen und ich hab das jetzt nachgemacht das ist ja auch irgendwo ne Lied oder so ja stimmt das nachseppkack oder so nein gar nicht ich hab das von Prozent zurück zu sehen weil es sei vergeben eben in der Saal er braucht die Kammer oder oder ab das ist wieder zensieren das ist ja nur so wie es geht er macht sich immer wahnsinnig blieb er hat boah ich hab Reaktionen wie ein Esel alter mein Gott kann man nicht so gut sind knapp Alter auch ruhig auch nicht mal ein mit Kilder jemand weil er denkt daran dass wenn wir irgendwo runter springen war aber kein linken kommando pro vor wir haben keinen mein Gott ey wie die rumba lackern die lecken aber mega ja die Anfahrt 9 auch die Alta aber 1 was da ja ja 20 zu 9 alle 9 20 ey warum wie ich den nicht treffe ja waffen waffen wechseln ja geil geil ich bin keiner spaß die präsentiert wird hier muss mit ump spielen kann man echt mal so weit von nach pisse stehen oder richtig die pen an der u-bahn ja besser schöner dabei Boah Junge Alter Ja, du kennst, Wasser Alter, du Charmutter Alter Charmutter Junge Ja noch einen Alter, und du auch noch Ja man Alter, UAB und jetzt komm, schöne Vorrede Oh mein Gott Vorrede, nice Jumann Ich hab Predator Ja nice Alter, keiner von euch Spaß ist hier mit Ja, tut mir leid mal, wenn meine Munition leer ist Ja man Alter, wenn meine schicken Predator Bromö geben Alter Ja, aber nee Ja, du alter Ich bin das 2. Meil Ich hab' da noch nicht schlecht Ja, ja, weißt du Moment, ich hielt dir den an, Mann Nee, der kleine Gang Der Bunker Mann, reiß man, mit der Spass 12 Alter, so mäßiger Spass, das hab ich noch nie gesehen, Mann Ey, dann kehrt der mich hinten durch die Wand Ne, 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 ne Ich hab' da zweimal vorreden Ja man, ich hab' ein Präzisions-Erstwerk Oh mein Gott, der wird ja nicht gekillt Das kann doch nicht wahr sein, Alter Er gibt mir einen gezielten Headshot und zieht mir meine Vorrede ab Nein, nein, ey Der ist unten drunter, ihr kacken Boons, Alter Guck mal auf die Map, Alter Scheiß die fette Wand, Alter So ein Scheißhaufen auf die Wand jetzt, ne Der haut da immer nach oben Oh mein Gott, ey, so richtig minderwertig Ach, du bist hab' die Sch*** Ich hab' die Sch*** Ich hab' die Sch*** Ich hab' die Sch*** Ich hab' die Sch*** Super, die Gegner sind so hässlich, Alter Die Gegner stinken so, Jungen Die sind so Alter, guck mal Wann haben die ich selber? Angeguckt's da, Alter Noch einen, noch einen, noch einen, noch einen Ja Ja, komm, noch einen Ja, komm, noch einen Wo seid ihr, Alter? Ah, erstmal wieder Vorräte, Alter Ich hab' das ganze Team geflogen So, jetzt hab' ich zweimal Vorräte Lauf mal, guck mal, dass ich die Sch*** mal anfordern kann Oh, die gehen daneben Oh, die gehen daneben Oh, das ist's Ja Ich hab' die Sch*** Ich hab' die Sch*** Ich hab' den ohne Kraft Ich hab' die Sch*** Ich hab' einen aus meinem Team mit Die Sch*** Oh mein Gott, ich hab' die A2-130 Nice Ich hab' die Sch*** Mach' mal den Harrier kaputt Okay Ich hab' die Sch*** Das ist's Ich hab' die Sch*** Das ist's, ich hab' die Sch*** Oh mein Gott, Alter! Wie kommt man sich... Oh, diese Psycho-Fanboys, ne? Das war sowas von Hardy. Das ist ein richtiger Hardy-Scope, ey. L15, Alter, wildste mich verarschen, was hab ich denn für Stacks? Ah, Leute, mach den Kill-Camp. Ja, das war ein Mega-Zeit-Rupe. Ah, ich hab nur mit Sniper gespielt. Raus hier aus den Lobby, oder was? Naja. Wieder Terminal? Ja, ja. Bei mir wird Terminal angezeigt. Ja. Oh, warten auf Gruppenführer. Ach, Mann. Warten auf den deutschen Führer, oder? Lass mal einen, Digga. Ups. Hahaha. Lad mal ein, nur das Schnitte. Hast du das aufgenommen? Nee, ich nehme nur auf, wenn ich keine Beleidigung sage. War kack. Scheiß drauf, ey. Ich habe meine Niggas in Paris, und sie gehen in Gorillas, Junge. Und sie gehen in Gorillas, Junge. Ja, die gehen in Gorillas. Was hab ich denn eigentlich hier? Ich hab nix freigeschaltet, Alter. Wie minderwertig ist das denn, ey? Mann, mal klar, Peck. Mann, mal klar, Peck. Mann, mal klar, Peck. Ja, was mal. Boah, bis schmackt weg, wo unten. Ne, ich kann noch keine Klartik machen. Oh, ich denk auch, die werden witzig mit ihrem Penis, ey. Oh, ich denk auch, die werden witzig mit ihrem Penis, ey. Oh, ich denk auch, die werden witzig mit ihrem Penis, ey. Ja, ey. Ich hab hier jetzt noch GTA und so, mit den ganzen DLCs und so. Red Dead Redemption mit den DLCs. Und L.A. Mongo mit den DLCs und ja, davon kommt er auch ein Let's Play. Und ja, hier GTA 5 hab ich auch noch vorgestellt. Roten, Roten. Oh, ne, das Spiel beginnt jetzt. Sind wir raus? Nein, 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 scheiße. Ander, Ander Mongo. Oh, ne, ich hab vollkämpft. Mann. Mann. Aber die Map ist übelst schorig, Alter. Ja, ist so, ey. Voll hässlich, ey. Da pisst es einfach mal mega drauf und die zackt richtig meinen Ding, ey. Ich hasse die mehr, Walter. Ich hasse die. Komm, da fliegst du mal nach Riga, da kriegst du für 15 Euro die Eier geleckt. Für 25 Euro kannst du da ohne Gumi in den Alter holen. Und dann macht der Dominik auch gerne mal die Spendierhosen an, weißt du? Ja, der Kugacher. Also meine Frau kann leider nicht so viel mit deiner Musik anfangen. Sagen, Föhrsgräber, geht ab, Junge. Loll, gehackte Lobby. Loll, gehackte Lobby. Loll, gehackte Lobby an, Junge. Kommt wieder direkt Hacker-Lobby, Junge. Ey, den hab ich sowas von angehittet. Nein, nein, nein. Ich hab Videobeweis, ey. Dominik. Dominik, du machst das jetzt aus. Boah, wie ich den wieder einen Hitmarker gebe, ey. Boah, Junge, Alter. Boah, wie hässlich das ist das da unten, ne? Macht euch drauf gepasst, da ich dir gleich sowas von rumschreie, Mann. Junge, macht der da mit dem YouTuber, Alter. Ich dachte, das wär so mal im Weg. Mit dem machen wir, Alter. Na, hat der selber mit dem RPG gekickt, was ein kranker Motherfucker, Junge. Ich glaub, der könnte träumen und wär lustig, Mann. Na, das war meine ULV. Aufklärungsdrohne online. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich hab das Mikro in meinem Haus. Mit dem Javelin kommt er auf mich zugerannt, ne? Oh, so, 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 oh, no, 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 no. Oh, Mann. Oh mein Gott der hängt da oben rum Oh mein Gott, willst du mich verarschen? Nur noch Moodsspielen das Spiel, ne? Hä? Nur noch hässliche Moodsspielen das Spiel Boah, wie schlecht die alle sind, ey Also richtig Moodball Warum ist die Scheiße so laut, Alter? Was sollt ihr meine KB jetzt? Mach gleich für die Kleiderung Aber wie hörst du meine Hälfte? Die Leute, meine Leute, die Leute, die Leute Die Leute, die Leute, die Leute, die Leute Mach den Porno aus, wenn wir hier haben Aufnehmen Das war mal der Jaaaa Ey Digga, die haben an, kannst du jetzt sagen, was du willst Ja Sag mal geil, die 1-4 Scheiß Camper, Alter Boah, landet Dann fuhren wir einfach mal da oben auf der Brücke, Alter Richtig Arsch, ne? Weil sonst ist doch so eine hässliche Brücke, Mann Kidding Fucking canning you Hier kommen jetzt ganz viele da, ist einer schon ein Beispiel Ja, ist klar, Alter Oh mein Gott, Alter, wir stehen doch einfach mal wie 3 Moops da und machen nix, Alter Boah Oh mein Gott, und dann hängen beide da an der Ecke Und dann kommt dieser Bobby an, Alter Boah, ich hab jedes Mal einen Schreck, ne? Wie, aber nein Jaaa, Dominik, würd mich verarschen, Alter Ich dachte, du schießt den ab, Alter Ja, ich hab den abgeschossen, aber das war nicht Ja, dann hast du halt nicht getroffen, ne? Ja, klar, halt, am besten Baller noch 500 Leute, hoffnlos Nog doch nicht! Mein Gott! Mein Gott! Oh mein Gott, wie wir da an der Ecke hinbinden Ich hab den verarschen, Alter Oh mein Gott Wir haben die Baller, ja Zuherziung, hinweg, Skinner, ne? Ja, ne, weißt du? Ja, er weiß, ey. Komm, Kinder, sie sind doch gut. Ja, die spawnen direkt. Steht, geht nach vorne. Was, was, ja. Spawn das, den man da auch. Und kein Ding gekriegt. Ja, der kann ja schon ein bisschen länger. Der nicht dran. Ich glaub, zwei haben das nicht mehr Ding gekriegt. Für alle Schwabe. Muss ich mal ein Gas und ein Bits erzählen, Mann? Nö. Ey, weißt du nicht, wie ging der noch? Was, 30 Zentimeter und klopft rein die Backofenscheibe, Junge. Oder so, wie ging der, Junge? Eben im Backofen oder so, ne? Ja, ist klar, Alter, ich wollte den Killer. Voll in die Fresse, Junge. Boah, der treut mich übertrieben mit seinem Scheiß-RPG, Alter. Ja, Mann! Ja, Mann! Findet ihr solche Spaß, die ihr eigentlich gar nicht leiden könnt, Alter? Aber den trotzdem so behinderte Witze so macht, damit die nicht merken, dass ihr die total hatst, Alter. Ja, ja. Alter, es gibt so einen Spaß, Junge. Der ist so fett, Alter. Der wiegt irgendwie 300 Kilo oder so, Alter. Du weißt jetzt schon, wie du meinst, Junge. Nee, wen mein ich denn? Wenn denn bei den anderen drei klappt, dann weiß ich nicht. Nein, ich mein keinen, der ist da raus auf der Schule, Junge. Und der stinkt übertrieben nach, weiß ich nicht, Alter. Und ungepflegt ist der auch noch, Alter. Boah, Junge, Alter! Und weißt du, der macht immer so 100 Bits, jemand. Und der lacht dann so, Alter. So nicht so laut, Alter. Und dann gehe ich wieder einen ab. Ich spiele die Zähne im Arsch, glaube ich. Und dann ist gar nicht cool, Alter. Ja, von der Seite. Ja, toll, Alter. Soll dir mal jemand kaputt machen, ne? Ja, super. Danke, Alter. Sorry for party-wuffling. Nein! Warte! Ich bin beim Training, tschau! Du warst da scheiß drauf. Oh, nein. Oh, ich hab echt... Ich hab Double Kill, Alter. Ich war immer ganz privat, Alter. Die Runde war so hässlich, ey. Mega hässlich, ey. Hässlicher geht's nicht, Alter. Richtig hässlich, ey. Da kommen keine vernünftigen Proverbs hier. Und wo... Guck mal die Gegner an, Alter. Ich will mich verarschen von Eleven, ja? Ich hör mir alles, Alter. Du bist ein Affe, ey. Ja, genau. Ich geh wieder da. Oh, der kommt hier rein, ey. Du bist mit dem verschissenen iPad konzentriert aufs Zocken, Mann. Junge, guck mal auf deine Stats bitte die ganze Zeit, Junge. Guck mal auf deine. Das ist im Baul, Alter. Ich bin gleich mal aufgegangen, Junge. Aber da muss ich essen einfach, weil jemand jetzt so schlecht ist und ich fast kotzen muss. Kann ich nicht mehr so gut spielen. Voll die Ausrede. Also, ich spiel jetzt mit Deine. Ach so. Ja, deine Mutter stinkt nach Magi, oder? Nein, nein. Deine Mutter stinkt. Mega fett. Genau so, Alter. Magi könnte ich die Ärmer nehmen, ey. Magi hört sich auch nicht richtig an. Versorgubara hinter dir. Ja, Marius, ey. Zu blöd, um zu schießen, oder was? Junge, der war da... Ich muss mich verarschen. Der war da im Cockpit. Die Kotzfücher, also der war da... Der war nicht im Cockpit. Boah, Junge, picking a new host, Alter. Alter, ein Maul, Mann. Was auf Englisch? Ja, ja, Leute, ich bin rausgeflogen, einfach nicht. Boah, ich krieg langsam Kopfschmerzen von... Von diesem Lärm, ey. Seid ihr auch raus? Ja. Ja, und seid ihr noch hier drin, Leute? Ja. Warte. Der hat einen. Ich war doch in der Lobby. Ich war in der Lobby drin, du Kackwurst. Wir waren doch auch mal in der Lobby. Ja, geh da raus, Alter. Ja, wir sind doch raus. Ruhig, ne. Bitte nicht rein. Ja, warum fragt ihr denn noch, seid ihr auch rausgeflogen? Ja, aus dem Game, aber... Ja, soll er sich mal aussprechen, ne. Was ne, mein ich als Clan-Tech. Scheiß auf Clan-Tech, Junge, Mensch, Schwarz, ey. Na, komm in den Board, gleich. Können wir nicht, äh, Herrschaft spielen? Ja, komm raus. Ja, komm raus. Ja, stell mal. Boah, und diese Headset-Qualität, ey. Welche? Meine oder Marius? Die von Marius, ey. Die von Marius, ey. Ich hab schon viele Kopfschmerzen. Alter, das ist iPhone 5, guck mal. Das ist kein iPhone 5, Alter. Das ist Nokia, ey. Du musst jetzt auch uns gelb umstellen, ne? Das Maul, Alter. Boah, deine scheiß Geschwister sollen halt Maul halten, Kubara, ey. Kann man jetzt ohne Witz... Ja, das ist Nokia, ey. Ja, Jörg, ich weiß, der rein ist Türke. Das ist meine scheißegal, ey. Merhaba. Ich dachte, wir machen Wurst, weißt du? Bin ich der einzigste, der Wurst hat, ey. Du hast da Wurst stehen und nicht Wurst. Ja, Wurst ist hier, Alter. Boah, der einer hat wieder hier UAV-Hack, Alter. Opfer, ey. Geil. Wie die alle hochgehackt haben, ey. Oh mein Gott, ey. Mann. Kostenlose Schellen verteilen, ey. Also, ich würd mich nicht mal hochhacken lassen. Wo ist eigentlich, wo ist eigentlich der Marius? Hier. Wo seid ihr denn? Wurden mich verarschen, Alter. Verweiler. Boah, ey, der Tepp ist so bekifft, ey. Oh mein Gott. Ihr seid so scheiße, Alter, aber gebt euch auf, ey. Ja, wir sind jetzt auf Verweiler drin. Ja, ich versuch mal mal zu join'n, ey. Ja, bei uns wollen wir noch einen Platz fallen, also, wenn du dich beeinst. Ja, ich komm noch. Kriegst du noch einen Premium-Platz, ey. Nur da da. Bei dem Motherfucker. Motherfucker. Oh, ey, bin da mit fetten Fettenkinder, er geht mir aus dem Weg. So dumm zum... Ich bin bei euch, in Lucha. Ja, geil, leider. Sowas liebe ich jetzt schon, ne? Hä? Hä, jetzt geht's. Hä, ich glaube hier, ja, ich wage's nicht und lebe mich auf 70 und 40, ey. Hä, ich schon, Jungen. Hä. Hä, ich, hä, hä. hier ein und sie schattet der schattet abonnenten also an alle klemmfurt und zugucken wird ich bin ich nicht gut unterdrückt heilige scheiß hat sich auch zu beurteilen aber er hat sich auch zu beurteilen ja auch nicht schlecht Ah toll, ich hab kein Dings drin. Ja, super. Jawohl, überlebe ich die 15 Meter zu Fuß. Chill doch, nigga. LoL Terminal, Alter, aber es geht abends. Nicht, dass wir gebannt werden oder so, ey, später. Nein. Jetzt kommst, ey, sofort all unlock, ey. Dann war das ja schnellste hier. Go to Commander. Ja, genau. Wenn das jetzt so ist, dann beende ich das. Oh, loL. Ich hab euch auch Error. Ja, zu dumm, um zu hacken, Alter. Das hängt abends. Ey, was sind die hässlich, ey. So, du möchtest dich stark aufs Malen, was? Ja, ich bin Level 70. Spaß, du bist du da, was? Ja, und ich hab auch ein Unlock. Alter, LoL. LoL. Okay, Leute, das war's dann so von uns. Hau's dann rein. Ah, Junge, du hast nicht stand. Lade, ey, voll scheiße. Ey, komm mal nicht. Das war die bindendste Lobby. War ja, wollte ich nicht. Nee, war. Ja, Domination ist halt schwarz. Also, so, ja. Wir wissen alle, was du meinst. Ohlraben schwarz. Ohlraben schwarz, ich sag's euch. Abgewichst bis zum Gegenschnitt. Wir nehmen schon fast eine halbe Stunde auf. Und ist dir mal aufgefallen, dass wir Level 6 und so sind? Ja, kein Wunder, was so viel verkackt das Spiel ist. Ohlraben schwarz, wie Hacker im Gegner-Team. Ja, du bist hässlich. Ich schlafe mir jetzt gleich eine Nachricht für ein. Oder was sagen wir jetzt wieder von neu an? Ohlraben. Ohlraben, wir wollen schon mal vor den Lag. Was geht ab? Ich schlafe mir jetzt Fuck-Hacker, Alter. Ich schlafe mir gleich dick der Heck unter. Ich hab mir jetzt voll falsch Fuck-Hacker bestimmen, Alter. Boah, ey, die mit ihrem behinderten Headset, Alter. Reinigen sich selbst, Alter. Nee, komm, bitte, äh, weiter. Skippen, skippen. Oh Gott, scheiß Merk. Jawohl. Oh, schon wieder so hässliche Hacker. Oh, zugelich sind die Gegner-Team, ey. Die stinken nach Magie, ey. Chewbacca. Ja, deine Mama ist Chewbacca, Alter. Chewbacca. Wer hat das denn gesagt? Boah, immer diese kleinen Kinder, ne? Ey. Das ist echt zum Reiern. Oh. Schon wieder Hacker. Na, sag ich doch, Scheiß-Mobination. Zum T-Dominik, zum Thema, ähm, ne? Die hacken keine Leute auf der PC. Ja, auf PC hacken noch mehr. Ja. Wenn ja auf PC auch nur Lobby-Fill ist, Alter. Und jeder heißt irgendwie der Hack-Mod-Fall, der immer dahinten hat. Ja, das gibt ja auch Sinn. Nee, halt irgendwie nicht. So, der rennt ja dann mit A-Mod-Rum, aber alle anderen dürfen die. Ja, genau. Guck dir mein Level an. Ja, fick dich. Fure John. Boah. Oh, wie geil, Junge. Laufwitz, Junge. Don't nick, dein Name ist Brüchen, Alter. Oh mein Gott. Jawohl, super, jump. Ihr seid mir die Bör... Ja, hier macht ihr seinen Glock-Mod an, Junge. Du bist mir der King, Junge. Moin, das ist unklappig, Mann. Schnell weg von der, Nigger. Ups, schon wieder gesagt. Ja, ich bin schon 70. Ja, warte, warte, ich will auch einen Kill machen. Dann bin ich fertig mit Ro2, Commander. Oh mein Gott, bist du jetzt 70, Kubara? Ja, ich hab eigentlich, er hätte schon gemacht. 70, Kubara, 200 Millionen Punkten. Ich schwör, ich hab noch gar keinen Kill. Okay, ich bin auch Level 70. Okay. Okay, Leute, das war's dann, ne? Von Ro2 zu Commander. Ja, Leute, ich bin ja Level 50, aber... Ja, mach doch, komm, mach mal, ich kenne ich gleich. Was kenne ich mal, ich kenne euch mal an. Ja, oder wir fangen einfach vom zweiten Plädchen schon an. Also, natürlich, das war's jetzt davon. Hier, mit dem Ro2 zu kommen. Ja, Mann, okay, da bin ich, Mann. Da bin ich sicher. Ja, komm, raus, Presby. Ja, was? So, einer drinbleibt, wenn ich bin, dass ich bin, kann. Ja, ich bleib drin. Oh mein Gott, ich bin da drin. What the fuck, Alter. Wolle ganz safe, Alter. Ich hab's auch wohl zu Ende spielen, oder? Ach, ich hab's nicht mehr gebraucht. Ich glaube, das ist safe. Nein, Mann. Der ist nicht voll. Hat der nur eingestellt, der Lappen. Boah, unnötig, weiß der, ja, ich hab's mir entscheidend gar nicht. Ich vergesse auf deinem normalen Account und verunnen, Alter. So unnötig. Zocken wir später GTA. Ey, Dominic, hast du auch GTA? Nicht, dass ich wüsste, denn ich könnte gleich mal gucken. Ja, dann könnten wir jetzt zu dritt rumcruisen. Mein Gott, dann glaub ich's mir nachher reden. So, ich mach mir jetzt, äh, in der Sniper rein, mach jetzt einfach mal across the map. No score. Mach mit. Der nehm ich in den Fall. Ey, der NoobTube denn noch, oh mein Gott. Oh mein Gott. Die sind ja einfach so richtig am stehen. Boah, richtig schworisch ist das hier. Ey, der Typ heckt übelst, Dinger. Ja, mach auch noch hier für den auch noch sein scheiß God mode rein, Junge. Das lieb ich ja. Mein Gott. Ich mach mal wie, sag 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 mal wie. Ich mach das mal. Ja, das ist ja so. Naja, das ist ja so. Naja, das ist ja so. Ja, das ist ja so. Dann kommt ein bisschen nicht mehr so ein bisschen zu tun. aber so ehlendig lang der typ ist so ich komme so schlecht sein erlass mal privatmatch zocken oder so oder ja das private alter aber ich bin jetzt auf einem anderen so ja komm lass hier raus ey ok das war's dann von road to commander